Sollte er halt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Der Tannen! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Versuchen Sie ihn! Bringt Sie mir Fegelein! 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 Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Sollte er halt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Okay. Ibita? 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 Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Ich will Fegelern sehen! Zerfackt! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eil. Auf den Führer geleistet. Soll er halt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet sie. Neu-Protonist. Neu-Rücksichtsloser Karriereist. Wie bitte? Ich bin Kumpel. Ich bin Kumpel. Ich bin Kumpel. Ich bin Kumpel. ARD Text im Auftrag von Funk